Give Mute, please. Have no other Operator. Jo, jetzt hat der Mute und Bandit genommen. Okay. Ich geb ihm mal einen also Teamkill, hab ich das richtig verstanden? Ja, äh, fängst, wann fängst du an? Du, Aufnahme läuft schon. Oh. Achso, by the way, für die, die es nicht wissen, das hier ist ne Aufnahme. Greiz, ich bin echt wieder da, so lange der Mate noch leid, äh, der Gegner noch leid. So, bin wieder da. Ähm, wen soll ich Teamkillen? I'm Mute. So, by the way, für die, die es nicht mitbekommen haben. Das ist ein dummer Hurenzone. Bewegt ihr euch alle nicht oder? Wurde gerade einfach in eine random Gruppe hinzugefügt. Ach, nice, danke. So, also, by the way, Leute, wir spielen hier jetzt ne Runde Rainbow Six Squad mit Jan. Jan, du darfst hallo sagen. Hallo. Alles klar. Your mom fucking gay, ich hoffe, your whole family will get AIDS. If my mom was gay, how'd I be born? Sounding like you worked two years old. So, how could das fake? Also, ganz kurz fürs Protokoll. Die sind stolz auf sich, dass er reden kann? Hab ich das so richtig verstanden? Was, ich werde jetzt trotzdem noch mal gekillt und das fackt mich ab. Ich glaube schon. Nice, ich hab ne Impact geworden. Ich werde auch ne Impact. Weiß gar nicht, okay, ich lock das auch mal ganz kurz ne Runde in Richtung geradeaus. By the way, ganz kurz, wenn ihr mir ne Vorrede machen wollt und wenn ihr keinen nicen Content verfassen wollt, lasst ein Abo auf meinem Channel da und vor allen Dingen lasst ein Abo auf meinem Twitch da. Und, ähm, macht die Glocke an, dann bekommt ihr eine Nachricht. Und ich bin Deutsch. Hab ich was vergessen? Äh, folgt bei Twitter. Ganz kurze Frage. Ja. Hier ist schon klar, dass ich im Final Cut meinen Twitter-Namen da einblenden würde und nicht dann. Haha. Wait, warst du jetzt schon mit der Aufnahme, oder wie? Nein. Oh, lost. Klipp doch! Ey! Soll ich das Blyding lassen, oder darf ich? Abo one. Okay, die Ashes sind dummer geworden. Sonst fühle ich mich besser. Hast du rausgepiept? Nö. Ja. Und du mein Lieblings-Yedi ist der Padawan von dem Jedi, den Savage Opress da auf diesem Dschungelplaneten abschlachtet. Warte, was? Ich hab die... Hä? Sprachen lernen? Baaah. Savage Opress wird auf irgendeine Mission zu einem republikanischen Außenposten auf irgendein Dschungelplaneten geschickt. Und der wird von zwei retardeten Yedis bewacht. Und Savage Opress killt die beide straight-up weg. Bruder, kein Schwein kennt die. Er hat einfach so genommen, wie das läuft. Wir sind ja immer noch in den Games. Das hehrt mich persönlich gerade mehr. Das letzte Mal bei den Themen, die mich persönlich mehr interessiert haben, hast du mich mehr ignoriert. Hello darkness my old friend. Letzmal Rolf. Nice! Der Termite sieht aus wie ein Minion. Das kannst du... Das kannst du nicht bestreiten, dass Termite aussieht wie ein Minion. Seth or your whole family will be sent to North Korean labor camp. Well, that's a bit rude. IQ below my Down syndrome. Der Typ ist level 51, der Trollkein. Bro, your IQ is way below Down syndrome. Nehmen wir nur eine Runde auf. Das hängt davon ab, wo wir uns noch eine Runde aufnehmen. Konnt ich gerade kicken, obwohl ich Friendify hab. Darf ich dir die Antwort? Perfekt. Nimm mich, gibts mir. Und immer wenn man was zu essen braucht, ist nix da. Wenn man was trinken will, ist auch nix da. Junge, das ist einfach typisch. Uh, Kacanka is low. ickein. Hijdes ist nur derselbe! ...whour der guuru... 센 ist ... ... dejar acknowledge. Schlangenforr Sprachen lernen B. Digga, aber ganz kurz! Jude HD42 Why are you gay? Digga, geh einfach fürs game. Den kunst du für uns und kannst nix. Stimmig bin ich Donald Trump? Ganz ehrlich! Donald researched. Und jetzt? Jetzt wird mir Kavare geklaut! Digged! Jetzt habe ich Smok bekommen. Der will sterben! Also ich rotz dem so richtig mit der Schrode Ah ja! Wir versuchen es noch mal And we say bye bye! Kannst du grad kicken? Ich kann kicken, aber die ist ehrenhaft Ja raus! Jai! Otherwise, your family is gonna end the North Korean labor camp Der random wird save it annehmen, der andere random Dann wissen wir wen wir team killen Can you kick that p... the pp guy? Thanks bro Ach so übrigens für die, die es noch nicht mitbekommen haben, das ist eine neue Runde Kann es sein, dass wir in 3 gegen 5 gewinnen? Passt, ich hole mir Chips Kannst du mir welche mitbringen? Äh ja, ich schick's ja per Post Monti würde sagen, es wäre ein Frustfick Nein, für den Frustfick musst du ficken Naja, kann leider nicht Also, wer wird gekillt? Ich hole mir den Samstag, man Weißt du was, ich reporte mal beide für Griefing Und sie wollten unsere Vote-Kicks beide nicht annehmen Nice time you better except fucking Vote-Kick Except Bye, have a great time! Wir haben Level 6, den kann ich schon einfach prinzipiell für Griefing reporten Weil der Typ so scheiße spielt Hallo, das ist mein Satz Ähm, an der Stelle möchte ich nochmal ganz kurz Paul grüßen als Reichspostbeauftragter der Deutschen Todesschwadronen Er wäre sehr gerne heute auch bei uns gewesen Also Paul wäre sehr gerne heute bei uns gewesen, aber er muss seine Aufgabe als Reichspostbeauftragter der Deutschen Todesschwadronen ernst nehmen Klingt logisch? Ja Warum kann ich ihm schreiben, dass seine Familie jetzt in nordkoreanisches Zwangsarbeitslager geschickt wird? Warum kann ich das im Global Chat schreiben? Gott, du Dürftest du also ein Video drin lassen? Ja Ähm, ich möchte mal ganz kurz Das wird so hart rausgeschmissen Ich wäre eigentlich dafür, dass meine Zeren Eltern vielleicht mal Ah ja Danke für die Hilfe Hey, can someone maybe revive me? Ja gut, ich bin weg, ey Ich würde sagen, I believe in you, aber der Typ spielt echt wie der Typ spielt wie ein Crackcat Man ist zwei Minuten weg und was sieht man? Die Mates verkacken, was könnt ihr eigentlich? Drück mal ganz kurz, tap und schau mal wer von uns hier mehr Arbeit gemacht hat Äh, du Mit zwei oder ich mit sechs Kills IRRE! GENOMM! Äh Ich möchte einfach sagen, ne, tatsächliche Arbeit hat bln gemacht, 002 Und dafür hat er meinen tiefsten Respekt verdient Ich fühle euch von, dann fühlt euch bitte von uns angespuckt, dankeschön Dann willst du noch was fürs Video sagen? Ja, also Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut unbedingt auf meinem Twitch vorbei Ich würde sagen, 10.000 Like verfallen, ich würde irgendwann sowas Leute, schaut unbedingt auf meinem Twitch vorbei, auf meinem Twitter und auf meinem Instagram Das ist alles in der Beschreibung verlinkt Lasst ein Abo da, wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr Aktiviert auf meinem Twitch die Glocke, dann verpasst ihr keine Streams mehr Ich bin Deutsch Und Sie, lassen mich mal legen, ähm, die Nachbarin flachlegen Ich wünsche euch einen Abo da, ich bin Deutsch